Sehr geehrte HT1-Herrinnen und Seher, leider kursieren in den sozialen Medien viele Falschmeldungen. Daher bitte ich Sie inständig, den Anweisungen der Bundesregierung und der Fachleute zu folgen. Schützen wir uns, so schützen wir vor allem unsere Mitmenschen. Viel ist es jetzt bewusst, dass unsere bäuerlichen Familienbetriebe das Rückgrat der österreichischen Lebensmittelversorgung sind. Und durch ihren Fleiß ist diese auch in Zukunft sichergestellt. Ich möchte mich auch bei all den Menschen bedanken, die durch ihren Einsatz, unser Gesundheitssystem, die Nahversorgung und die Sicherheit aufrechterhalten. Wenn wir uns alle in die vorgegebenen Richtlinien halten, werden wir hoffentlich bald wieder zur Normalität zurückkehren und uns bei diversen Festen und Veranstaltungen wiedersehen. Ich freue mich darauf. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.